Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. So, das ist eine Sonderspecial-Ausgabe zum Rumble. Ihr habt ja schon gesehen, dass es da eigentlich Belohnungen geben sollte, aber zum einen stürzt manchmal bei einzelnen Spielern das Game ab, wenn man versucht da rein zu klicken. Mir ist das auch passiert. Ich habe das dann erstmal nicht mehr gemacht. Inzwischen kann ich reinklicken, aber ich sehe trotzdem noch keine Ergebnisse. So, hier hat aber Congregate offiziell die Belohnungen bekannt gegeben in ihrem Forum. So, und da sehen wir, fangen wir hier oben an, also mindestens Rang 1. Also die Number 1-Gilde bekommt einen Level 7 Longstick with Sharprock. Level 6 eine Raygun, Gold 10.000, Gigiwatts 250, Consuela Tokens 30, ein Rare Pack, 1.000 Legendary Stones, was auch immer das ist. Das sind wahrscheinlich diese Puzzlestücke da, ne? Vermute ich mal. Und 2.000 Epic Stones. Ich habe bis jetzt nur ein paar einzelne bekommen, also das ist lächerlich. So, da ich ja nie was gekauft habe. So, dann haben wir hier bis Rang 3, ist fast vergleichbar, gibt ein bisschen weniger Gold, ein bisschen weniger Gigiwatts, ein bisschen weniger Consuela Tokens. So, gehen wir mal weiter runter. Den Longstick with Sharprock gibt es bis zum 5. Rang. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Bis jetzt sind wir immer noch Rang 1. Mindestens Rang 10, da gibt es dann nur noch die Raygun. Ich kenne diese Karte noch nicht mal. 7.000 Gold, 150 Gigiwatts, 15 Consuela Tokens, ein Rare Pack, 400 Legendary Stones und 2.000 Epic Stones. Das geht dann jetzt runter, sage ich mal, hier bis Rang 1000. Ab da gibt es keine Raygun mehr. Ab Rang 1000 und abwärts gibt es dann nur noch Gold, Power, Consuela Tokens, ein Rare Pack und Epic Stones. Das hier sind eigentlich die interessanten Zahlen und Belohnungen. Schaut es euch an. Ich hoffe, dass wir da oben irgendwo landen werden. Ich glaube, die Chancen stehen nicht schlecht mit meiner Gilde. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir alle eine Raygun holen werden, bekommen werden. Also, weil Rang 1000, das sollte eigentlich jetzt nicht das großartige Problem sein, das für uns zu erreichen. Also, wir können uns schon mal auf eine neue Karte freuen, auf mindestens 1500 Gold, 15 Gigiwatts, ein Rare Pack, ein paar Epic Stones und 5 Consuela Tokens. Na ja, also, ich bin mal gespannt, wo wir landen werden. Ihr seht das ja dann Video für Video, wie sich das bei uns weiterentwickelt. Ich werde jetzt den nächsten Rumble starten und dann gucken wir mal, wie das Ganze hier so weitergeht. Also, macht's gut, bis dann und tschüss.